Moving with the wind, we are free of falling now, no choice but to trust this, as we go into a hole. Mooted Prestige 6 geworden. Seitdem ist aber nicht mehr viel getan. Und wir spielen jetzt wieder Grenzlandverteidigung, weil ich halt so gesehen auf Stufe 1 wieder bin und die Ausrüstung voll von Arsch ist, die ich jetzt dabei habe, bei ihm genau dasselbe. Und, ähm, ja, weil ich der Meinung bin, dass das Aufnahmeprogramm für das letzte Mal nicht ganz so wunderbar ist, versuche ich das Ganze jetzt einmal mit Fraps aufzunehmen und hoffe einfach mal, dass es besser wird. Wobei die, die Dateigrößen dann immer ziemlich riesig werden bei Fraps, aber das ist mir jetzt auch mal egal. Das ist ja erstmal so zum Testen. Ähm, ja. Grenzlandverteidigung, Nexus. Möchtest du auch was sagen? Nein. Gut, hat sich das ja erledigt. Mach die Map nicht. Ne, ich auch nicht. Was ist das denn? Oh, ey, warte mal. Angriff? Den hier. Äh, äh, ich, Moment, ich wollte, oh, ich wollte doch. Ich hab nicht meine Klasse erstellt mit dieser blöde Grenzlandverteidigung, muss ich das machen? Jawoll. So, verstärktes LMG am Start. Wenn jetzt nichts geht, weiß ich auch nicht. Oh, nein. Vergessen. Also ich habe aber auch bei mir das Gefühl, das Spiel läuft mit der Fraps-Aufnahme viel flüssiger als mit Bandicam. Wenn der, wird das Spiel auch noch verlangst, wenn du das Ding nutzt, Bandicam. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ob es den, ob es den, ob es die CPU mehr beansprucht, Bandicam, als, als Fraps, oder? Ich kann es dir nicht sagen. So. Ich bin witzig, mach trotzdem weniger Leistung, ne? Wie bitte, was? Mach trotzdem weniger Leistung. Qualitätmäßig Videos. Bandicam, naja. Ja, aber an sich ist Bandicam wirklich kein schlechtes Aufnahmeprogramm. Ich liebe Bandicam eigentlich für BSGO, aber für, für so High-Quality ist das wahrscheinlich eher weniger. Jawoll, ich hänge auf irgendeinem Schild rum, das ist ja geil. Guck mal, wie ich hier oben sitze einfach nur, Alter. Hälst du die ganze Zeit die Dinger weg? Was kommt da unten von dem Schild runter, du? Ja, Camper. Wie Camper? Ne, Camper kann ich sein. Du wirst dich jetzt schon weggeholt werden. Aber ich treff dich von hier oben, irgendwie nicht so geil. Wann den du respektieren? Boah, Alter, ey. Mein Skill, mein Skill, den ich eh noch nie hatte, der ist ja richtig von der Arsch gerade. Was? Ja, ich lebe. Ja, klasse. Aaaaaah. Ja, geil. Du, 5,9,20? Du bist. Zweck, das. Ach, Mann. Ne, ich bin ja mal gespannt auf die Aufnahme. Ich werde nicht mal, ich nehme an, dass ich hier erst morgen rennen werde. Weil ich nachher, ich habe noch keine Zeit mehr. Ich wüsste ja eigentlich, aber ich habe nachher ja keine Zeit. Ja, was hast du auch? Ähm, ich bin auf dem U-Board-Zucker eingeladen. Ha, Loser. Ah, ich kenne Leute. Oh, ist ja ekelhaft. Ja. Oh, der Server war da gerade editiert. Ich glaube, der hat wieder ein Passwort reingewitzt oder so. Vergiss nicht, dass du nicht darüber erklären willst, was ist, ne? Atom-Python und so, ne? Weißt ja. Ach ja, dieser Junge. Es gibt nämlich Menschen, die ich im Privatleben kenne. Den, denen gefällt meine Aufnahme, äh, meine, 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 meine Moderation nicht. So. Wahrscheinlich gefällt das anderen Menschen auch nicht. Aber mir gefällt das. Ob man die da gleich aus ihrem Ding da rausknallen kann? Ne, nicht. Was ist das? Stealth Titan. Äh, Speck. Stealth Titan. Ist ja auch. Nur mit. Ich hole mir mal eben, ich hole mir mal eben. Ich hole mir mal eben. Ich hole mir mal eben. Muss ja auch mal sein. Nein. Mein Schoen ist doof. Au. Die haben richtig von der Reichweite. Fällt mir gerade auf. Mal her, Speck. Also die, die Aufnahme mit Fraps gefällt mir an sich bisher noch ganz gut. Also das ist wirklich, das ist wirklich... Das ist beeinflusst das Spiel nun wirklich überhaupt kein bisschen. Merke ich gerade. So unnütz. Was denn? Ich schieße eine Klasse-Rakete auf zwei Selbstmots backdassen. Ne, der hat eine Ahnung. Oh, da ist ein Titan. Ich bin jetzt eigentlich um mit dem Mörser mal hier in kleinen Sparten. Was? Ich schieße mich. Wie? Komm her, du Assi. Komm her. Ahaha. Oh, Alter. Alter, wie... Was macht denn der mit mir? Das war doch beim Selbstmordspektor. Sie sind direkt beim Enter. Da fragt man sich, das sind 2x50 Prestige 10, ne? Und das machen die sich falsch. Naja, vielleicht sind sie ja... ja... Vielleicht haben sie den Gamebot auch noch gar nicht gespielt oder so. Das wäre ein bisschen ein. Das könnte doch durchaus möglich sein. Vielleicht wollten sie sich erst auf Level Prestige 10 suchen oder so. Wo sie es einfacher machen können, zum Beispiel bei manchen Herausforderungen. Ja, das ist... ja... Bülow, jetzt mobbe ich doch... ach, jetzt hab ich schon ja Bülow gedacht. Egal, man weiß es ja aus der letzten Folge eh noch. Ja, falls es irgendwer interessiert hat. Sein Gameattack in anderen Spielen ist Bülow. Ist auf jeden Fall so, ja. Sein Gameattack ist Warnicke, vergiss es nicht. So heißt mein YouTube-Channel. Warnicke, LP. Ey, mein Geschütz lebt noch. Ey, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das hat sogar 0 life verloren irgendwie. Nice. Erhöhten Schaden, doch nicht vergeben drücken. Ja, das ist natürlich... Das ist cool, ne? Was denn, was denn? Ich hab grad nicht... Erhöhten Schaden drücken sie, nicht vergeben. Ähm... ja, schön. Ja, Bülow, das war's damit. Ähm... Alter, hier ist ein Titan... guck dir's an! Ist dir das aufgefallen? Hier ist ein Titan-Bild an der Wand. Das ist mir jetzt ja so aufgefallen, Mann. Wunderschön. Ja? Ja? Ja, reinhauen! Ist auch so witzig, ne? Wenn diese Geschütze schießen und schießen und schießen und... Dann sterben die so ein ganz langes Mal. Ja. Warte mal! Wie viele Scheiß-Soldaten! Also ich mag die, ich liebe die Soldaten. Die gehen so schön tot, das ist immer... Ja, ja. Warte mal dran. Das mag ich so. Ja gut, okay, das... ja. Dann ziehst du einfach... Aber als Titan gehen die auch immer richtig schön. Ey, die Map ist aber... Die Map ist an sich bisher noch relativ easy, ne? Oder lieg ich da ein bisschen falsch? Ja, ja. Die ist noch zu wichtig, aber das... Ich glaube... Das war im letzten Part erst. Ja, ach... Ach, da kam noch... Da war... Das war heftig, ne? War das nicht so? Ich glaub das war heftig. Hier, bei mir ist der erste Atomzeit. Den werde ich jetzt mal wegzunehmen. Ich schmeiße dir den Titan direkt hin. Wo schaffst du das? Alter! Hä? Oh, der ist down. Hier ist noch ein. Der ist drückt beim... Der ist drückt beim... Der ist drückt beim Enter. Echt? Oh! Nein, 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 nein. Hast du denn... Hast du denn weggeschlagen? Ja, aber... Der hätte mich beide an Blatt gemacht. Weil ich aber keinen Platz hatte zur Auswahl. Ich komme gerade zurück. Hier ist alles voller... Kleiner... Da hinten kommt Titan. Da hinten kommt Titan. Da hinten kommt... Cool. Oh nein, jetzt habe ich einer auf mir drauf. Ich hasse es. Ich hasse es so... Dolle. Wo bist du denn? Dann kann ich hier runterschießen. Hier, jetzt ist er schon wieder runter. Jetzt ist er von selber gestalten. Moment, Moment, Moment. Da kommt Titan. Oh Gott. Ach, das bist du. Oh, cool. Und Titan kann nichts anders. Das ist Naturzeit. Hinter dir ist Naturzeit. Oh, oh. Geht der hoch? Geht der hoch? Geht der hoch? Der geht hoch. Der ist auch schon. Bin ich weggekommen? Ja, ich bin weggekommen. Alter, wie hier richtig... Wie ich hier gerade richtig aufs Maul kriege. Und auf der Ernte... Wo kommt denn das alles her? Von überall schießen die Typen. Wir sind in den Fenstern rein. Die gammeln. Ja, wie kleine Fuchse laden halt. Boah, ey. Richtig zum Kotzen. Ich weiß nicht, komm drauf. Du machst einfach deine Luke auf. Ja, ich hab's auch gesehen. So, warte mal. Ja, hast du verdient, Büler. Hast du verdient. Ey, wenn du mich Dom-O-Den nennen würdest... Boah, 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 boah. Ich nenn dich Nido-Mor oder so. Weil ich... Weil das kommt wahrscheinlich dadurch, dass ich selber so heiße. Das ist... Boah. Viel zu oft gibt's diesen Namen. Das geht einfach nicht. Hier sind ja schon zwei Leute, die den Namen meiner Freundesliste allgemein haben. Naaah. Ich will gar keiner rein. Ja, ich bin drauf. Boah, endlich geschafft. So, hier ist ja wohl die... Nein! Ja! Muss ich mal teilen! Ach da! Die heißt N7. Ich habe hier mit Mass Effect zu viel gespielt. Könnte ich auch mal wieder spielen. Was denn? Mass Effect 1. Ach so. Hab ich die Geben geholfen. Spät ist genial. Ich hab's nicht zu Ende gespielt. Ich hab's nicht zu stummeln bis hier. Nee, Mann. Boah! Auch schwer, nöger. NAAA! Schalten Sie aus, bevor wir ihn zerstören. Jetzt... Triff die Sau! Geht doch. Wie mein Geschütz ist zerstört? Ey, hat mich da extra hochgeklettert? Jetzt ist das im Arsch, oder was? Guck mal so. Schön, dass wir das dealen, Alter. So, der Titan ist down. Da oben habt ihr den... Alter dran, ne? Ich bin gerade zwei Level miteinander gestiegen. Ich bin doch kein einziges, das gibt's doch gar... Oder? Oh doch, ich bin schon. Zwei. Wollte ich gerade sagen, das kann doch gar nicht möglich sein. Die Typen, die sind trotzdem Erster. Ich mein, die sind Verschnitt. Die sind Level 10, die spricht ja nicht. Boah, 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 boah. Mein Titan wird Gericht auseinandergefetzt hier. Schadensystem unnach. Boah, 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 boah. Ich muss aussteigen, ich muss raus. Was? Gestorben. Mein Titan ist im Arsch. Ihr müsst unbedingt die Mörserteils aufhalten, Mann. Reingeschafft aber, klar. Ich muss gar nicht. Ich muss mal außen rumlaufen. Ist das gleich vorbei. Ey. Man denkt so, man kriegt das mal... Man schafft das jetzt mal ein bisschen besser. Nein. Das geht doch nicht. Du kannst nicht einfach eine Challenge hören. Wer ist denn da reingekommen? Ja, bitte. Hast du schon das Bild... Hat Vib sich auch das Bild geschickt? Nee. Von dem Grab seiner Schwester? Ähm, nein. Welches mal schicken? Wir sind grad mitten in der Aufnahme. Oh. Das ist dem Regal. So, ich hab den Titan wieder erst aus. Aber kannst du trotzdem mal schicken. Äh, schnell das mal lieber raus. Irgendwie. Der Tonschmack raus. Äh. Ich muss mal den lokalisieren. Wir müssten... Wir mussten noch einen Challenge erstellen. Einfach eine Aufnahme oder so. Das finde ich wahnsinnig. Ja, haben wir ja eigentlich. Aber woher wollte ich denn wissen, dass jetzt... Jetzt ausgerechnet jetzt. Keiner will irgendwann mal was von mir und dann kommt er. Ich... Ich... Ich hab auch... Woll ja auch jetzt sagen, wir haben eigentlich einen Channel dafür, aber ich weiß gar nicht wo der ist. Ich hab ihn, äh... Ich seh den nicht. Wir hatten eigentlich einen. Ja, eigentlich. Dann ist der wohl verschwunden. Ja. Wie immer. War tatsächlich wieder niemand. Derjenige, der dazugekommen ist, ist im Übrigen Arctogs LP. Kleine Streichwerbung. Warte, ich kenne ihn keine Sau. Keine Sau. Ja. Ja. Er öffnet FIFA Packs. Oder so. Irgendwie. Interessant. Nee. Nee, jetzt nicht mehr. Ich bin beleidigt von FIFA, weil die mein Account gelöscht haben. Ah ja, genau. Das war ja was. Das ist aber... Das ist aber auch wirklich... Das ist... Eigentlich geht das doch nicht. Du hast doch Geld investiert, oder nicht? 3,99 Euro. Ja, also... Ey, hallo? Die können doch nicht... Alter, jetzt geht's aber richtig los. Die können doch nicht... Die können doch nicht einfach... Das geht jetzt... Nee, also nee. Look at this. Drei Teilsblatt gemacht. Hehehe. Mit Atomausstieg. Yay. Ey. Also mir stehen hier die ganzen Pfosten im Weg. Soll, lass mich mal vorbei. Direkt noch mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bitte was? Oh, oh, oh. Hau ab da, du dummes Stück, Mann! Alter, nein! Nein! Ey, ganz im Ernst. Was sind das für dumme Stück... Dumme Schweine hier in dem Spiel. Ey, da sind... Da sind irgendwie ein paar Atomteilen hintereinander. Ich springe rein. Kloppt den Typen um. Will wieder zurück. Dann verstärkt mir so ein Wichser den Weg, obwohl der ganz genau sieht, dass das Ding jetzt explodiert. Und dann sterben wir beide! Heißt du, oder? Schreib es doch mal. Ey, ganz ehrlich. Über solche völlig sozialbehinderten Menschen reg ich mich sowas von auf. Das gibt's gar nicht, sowas. Wie kann man nur so völlig hirnverbrannt sein? Boah, nee, ey. Lass doch mal deine Wut aus und schreib ihnen das. Ich weiß nicht mal, wie der Pfosten hieß, ey. Alter Scheiß, ey. Wie kann man nur so dumm sein? Mann, die haben wohl zum Unrecht den Raditzel. Weißt du, mit dummen Menschen kann man nicht spielen. Das ist nicht möglich. Wir haben nur noch zwei Versuche. Wirklich nicht. Ich stell mich da jetzt nicht nochmal... Pass auf, ich glaube das war dieser komische Batman hier. Ich stell mich jetzt auch vor den. Oder hinter den. Pass auf, ich stell mich gleich hinter den. Ne. Scheiße. Was macht denn er hier? Junge, du hast ein Limit. Das weißt du, ne? Du brauchst ja nicht deine Dinger hinschießen. Die verschwinden alle. Oh, ey. So was... So was... So was... Dumme Stück... Äh... Ehrlich. Atom-Tags. Einer ist down. Jetzt hab ich noch... Also ich bekomm mal... Ja... So pass auf, pass auf, pass auf. Ich mach jetzt auch einen Ausstieg. Ja, mach, 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 mach. Boom. Sehr schön. Wieviel hab ich denn jetzt erwischt? 3, ne? 3. Ich krieg's maximal noch hin. Ach, krieg... Achso. Okay. Meiner hat sich so nicht los. Noch einer tot. Ich bleib hier jetzt mal aus und lass ihn ablockieren hier. Und... Nein. Du gleich in den nächsten Teil. Ich kann mir auch gleich in den nächsten holen. Ja, ja. Soll ich gleich in den anderen Platz machen. Also auf einer hat, auf einmal. Die ist gleich in den nächsten. Voll die geile Aktion. Ja, ja, ja. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen hier. Wer ist denn da? Da? Da läuft auch einer hin. Ja, ja, ja. Da ist noch einer. Den hole ich mir. Jetzt fahren wir jetzt weg, oder was? Ja. Ja. Ganz ehrlich, der geht so. Du hast dich ja grad so viel aufgeregt. Ja, Alter. Ganz ehrlich. Sowas regt mich echt auf. Wenn das so... So unnötig gestorben, weißt du? Der ist wieder an. Juhu. Die die wiederhört. Oh, 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 oh. Boom. Und Titan wieder. Wenn du eine 3 machst, dann kriegst du ihn sofort wieder. Ich glaub jetzt zurück gehts auch schon durch. Ich weiß gar nicht. Wer ist Down? Oh. Wer ist down? oh 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 noch noch noch! Alter, war das knapp! Oh, scheiss ich gehe hoch! Ich muss aussteigen, ich muss aussteigen! Nenn' die doch mit! Eis, Alter! Geil ey! 192 Punkte! äh Punkte richtig schlecht ja Bülow Prozo oder? Prozo die sind voll schlecht die beiden die unsere Fettkirchen an Sieg ne? Jawohl Jawohl natürlich nur zwei, weil drei kriegen wir die Bülow gesteckt ja, weil wir, ja, ja aber der Team ja für den Arsch ist auch toll ich bin einmal gestorben, es hätte nicht sein müssen, ehrlich nicht bitte was? ich bin einmal gestorben, es hätte nicht sein müssen ja, 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 ich meinte, dass das gerade ein Team-Sleeve gekommen ist ich bin auch einmal gestorben, aber es war auch nur, weil, äh, ja ich, und die ganzen Titans, da in die Luft gegangen sind ich hätte mich einfach wegspringen sollen, hätte ich noch welche mitgenommen und wäre nicht gestorben ja, geil oh, ich hab 51.000, wie sieht's bei dir aus? 15 aber du, du, ja, ich kann ja noch keine Herausforderungen und so in Krams hab ich alles noch nicht aber ich bin jetzt in dem Level im Übrigen dafür da so, wie sieht's aus? Machen wir noch eine, oder was? ja, jetzt kommen wir mal ne, 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 wie lang geht denn die jetzt? Ich hab keine Ahnung die wird locker 15 Minuten gehen na, Kampf, bla, 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 kompakte MPR, ja, bla, bla ach so, hast du die Aufnahme direkt beendet gerade, als du fertig warst? nein, 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 die läuft jetzt noch so, Leute, also, ähm, ja, wie ihr habt's gerade gehört wir machen eine neue Runde auf ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020